Ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aram und in dem heutigen Ranked Game spiele ich Zix auf der Midlane. Mit dabei ist wieder die Alexa und sie spielt Nami Support und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim zuschauen. Jetzt wollen wir erstmal gewinnen. Tryhard Zix, Midlane. Ey im letzten Game mit Zix, da habe ich drei Daumen runtergekriegt für so eine geile Performance. Geht gar nicht. War ich richtig beleidigt, ey. Wie macht man denn sowas? Ja. Ihr zwei habt keine Lust, dann sollten wir auch nicht weitermachen. Boom. Nein, da steht da drauf, kaum ist es. Ja, das meine ich auch. So eine Base brauche ich aber nicht zurück. Warum fängt man denn als Liesse noch am Blubuff an? Das darfst du mich nicht fragen, ich bin kein Lee. Von der Sache her trotzdem schon wieder geil, dass der Lucien da einfach auf Ka rumsteht. Ja. Please nerf Wayne. Sein Name. Da rennt doch auf Ka an die Leute rein, ey. Und geh doch einfach hin. Heine hin doch. Ah nein! Was kommt? Mist, die Kacki. Oh Mann. Nee, für mich ist jetzt egal hier. Ich geb nochmal einen Full. Dann geh ich Base. Fiddle ist da. Oh nein. Oh Mann. Fiddle in einer Asuka ist. Ja. Ich bin wieder im Regenstrahl. Und in der Runde ärgert es mich, dass ich jetzt keine Ignite dabei hatte. So. Wisst ihr, ich hab ihn aufgeweckt. Wenigstens macht das wieder gut. Das ist ein Sauer geworden. Er hat einen Großen nicht gekriegt. Okay, ein Penta wieder. Muss ich ihn wieder aufwecken, sagst du? Ja. Oh Mann. Was ist das? Oh ne Alle lieben Timo Wie kann man auch nur einen Timo gegen Urgott picken? Das ist so ein Timo, der gerne pickt Ne, das habe ich ja schon in der Champions Select gesagt, dass das nach hinten losgeht Ist vielleicht wieder dieser komische Timo OTP, den wir letztens hatten Frage Oh, nicht gereicht Oh, nicht gereicht Oh, nicht gereicht Aber auch nicht gereicht Oh, nicht gereicht Oh, nicht gereicht Oh, nicht so Ich habe schon ein Timo Ein Viertel ist top. Das sind sehr AP-lastig, die Gegner, ne? Auf zwei Leute. Wie ist der, komm, weckt man auf, jetzt rasiert er. So wollen wir das sehen. Ja, ich hab auch ein Komis-Plat, ich hab vielleicht gedrückt, statt Ignite. Oh. Ja, passiert. Ah, der mich nicht glaubt, wäre ich aber tot gewesen. Hm. Vorzeit gewesen. Ja, komm. War nicht gut. Oh, da wurden aber es geklappt. Oh, ich hab Volt. Dann bleib ich doch noch mal eine Sekunde. So, ich hab's euch mal ein bisschen vorbereitet. Kannst du nicht wollen, ich hab keinen Mana, er auch nicht. Ja, deswegen ja. Nein, ich meine nicht vorbereitet. Ich meine einfach ein bisschen, dass sie weggehen müssen, weißt du? Ja. Hast du fein gemacht, Hanu. Danke, krieg ich jetzt meinen Kulak-Keks? Nein, kriegst du einen Leucht-Keks. Ich will doch mal einen Kulak-Keks. Ich will doch mal einen Kulak-Keks. Oh, willst du einen Kulak-Keks? Ich will doch mal einen Lösch-Keks nicht. Nee. Oh, 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 oh. Jetzt bin ich beleidigt. Macht nichts. Oh ja, dann werde ich wieder geflamt, ey. Da stand beim letzten Mal, dass ich es als Schutzschild benutze, ey. Was? Ja, ich weiß auch nicht, was damit gemeint war. Muss ich nochmal angucken. Was, wie gehen waren das? Weiß ich auch nicht mehr. Was? Ah! Ah! damit hat man nicht gerechnet findet es irgendwie hier wir kommen auch wieder christ immer noch ich hätte ich auch noch gehabt also kill hätte ich auch gehabt da ich dachte gar nicht dass dein dinge dann noch trifft bis es auch hier kommt mal gucken was ich als zweitens weil diesmal mitgenommen habe ich habe mir ist noch mal nicht auf manchmal bpppp warte nirgendwo aber für mich kann man das ist ein bisschen kacki aber du brauchst das tipp da noch weiter müssen super für meine bin ja auch schon dabei aber hätte ich mir echt vorher kaufen müssen ich hab's jetzt alles toll für die war schon wieder hier ja ich hab den komischen viertel jungle kann ich auch mal wieder spielen also ich schreibe jetzt an oh scheiße aurelion ist bei euch ich schreibe jetzt am anfang immer wake up und das scheint ja was zu bringen ja der rasiert ja jetzt voll so hat er etwas ausgemacht ich hätte uns hier raus beten Guck mal her. Lassen wir noch ein paar Zeit. Mhm. Boah, geh weg, Alter. Alter. Vorsicht. Der hat mich fast nass gemacht. Hehehe. Teleport abgebrochen in der aller, allerletzten Sekunde. Es ist geil, ein Arschloch zu sein. Es ist geil, so richtig dreckig und gemein. Es ist geil. Geil. Oh, da kommt das Teleport des Todes. Oh, der Timo des Todes kommt. Super Timo. Super Timo mit KS des Todes. Hehehe. Hehehe. der clean hat auch spaß ich hoffe man hört ihn nicht ach so dein karl nickel die lunde brennt die lunde brennt da wäre er fast entkommen fast auf dem klo ist auch in der hose das merken tower Nice! Wow! I'm out! Ja, aber jetzt vergleich mal den Farm, obwohl der immer noch nicht exzellent ist, ne? Aber mit dem aus dem Game davor. Ja, aber es waren eben auch einige Mittel, ne? Stimmt. Kann man dir mal verzeihen. Stimmt, hast du recht, hab ich jetzt gar nicht dran gedacht. Brutz-Super-Buddle! Und schön raus aus dem Brutzloch. Uh, da höre ich die Flashes. Lucian down! Nach 8 Kills. Da darf er mal. Da kam die Super-Rakete. Oh! Da konnte ich mein Ult nicht mehr so richtig timen. Was passiert? Ja, da haben sie mich zu sehr in den Fokus gesetzt. Da hab ich mein Ult einfach nur so... Weg! Weißt du so, weg damit! Egal, irgendwo hin. Scheiße, ich hab die Lunte, ich muss die wegwerfen. Ja. Ihr habt ne kurze Lunte. Der läuft ja so wie du, hab ich gesagt. Der läuft so wie ich? Ja. Wo bist du denn drauf? Ja, wie muss ich denn da nicht? Super-Kino ist tot. Warum macht der denn sowas? Weiß nicht, was dachte er muss kommen. Ja. Vorsicht, Viertel-Ult. Ich finde mein Ult toller. Ja, ich auch. Ich kann keinen anziehen, ich komm nicht dran. Ah! Shit! Er ist auch bloß... Das gibt's doch nicht. Muss ich mit dem Scheiden sterbe ich oder... Kann ich dich? Oh, ich hab Lecks. Ich hab Lecks. Boah, ich hab böse Lecks. Sowas in so einer Situation, das ist natürlich verdammt ärgerlich. Ja, hast du gehört, was ich gesagt hab? Nein, ich hatte Lecks. Ja, deswegen. Ja, ich weiß nicht, ob ich dich gekillt hatte, also hab ich mich für mich entschieden. Das ist richtig so. Opfer dich für mich. Okay, war ich nie wieder. Halte meine makellose Bilanz. Oh, was? Best Jinx Somalia? Ja. Oh, ja, ja, ja. Ein Red. Naja, ein blauer Red. Auf den Junge. T-H-X. T-H-X. Du blödes Bösch. Du kriegst einfach einen Blue-Buff, ey. Ja, jeder, wie er's verdient. Ja, ich weiß schon, was du vielleicht davon hast. H xYouTbum, wie er mecen hat. Du deathst du auf den zweiten Denver School. Es tut dir, Wasser, wer das nicht? Ja, niemals. Was? Was leider gespielt. Joa, ne? Au! Yeah, es ist für Rami. Rami glücklich. Endlich Boots. Wo ist die Bande? Was denn? Was ist denn da? Womit? Will mitlachen. Lega Flash oder was? Neee. Abgebreit. Oh, Kloot. Oh, Kloot. Ehehihi. Ehehihi. Schade, Rami, jetzt auf den Tupfen hier. Ehehihi. Ehehihi. Einmal konzentrierten Ränke schon unterspielen. Nur einmal. Was hast du schon geleistet, hä? Bei 05, ey. Und dann letzten. Überholt. Meinst du? Oh, weiter bis zum Tower wollte ich ja nicht. Ehehihi. 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 Och, Timo. Ah, super, Timo. Musst sie dem schon wieder helfen, ey. Ehehihi. Guck mal, wieder Kronos. Guck mal, wieder Koron. Ja, dass ich dann wieder zugehe. Ich bin wieder A-Ram. Mhm. Ja, in dieser Runde habe ich einen geilen Champ für A-Ram. Ja, definitiv. Ja, Boah, das wollen wir wegmachen. Nur anscheinend nicht. Boah. Hier, ich schieße mal weg. Nee, geht gar nicht. Schade. Halt gedacht, ich bin gegangen. Ja, Main-Jungler in's Haus. Oh, das hat übersteuert, ne? Das habe ich selber gemerkt. Ja, aber es ist aber auch, ne? Jungler ist dabei und dann auch noch Lee Sin und wer kriegt den? Der Zix. Ja, der Main-Jungler. Oh, oh. Geh weg. Ja. Ach, ich liebe Timo. Ach nee, Zix meine ich. Eindeutig einer der geilsten Champs in diesem Game. Ach, Nami, ja. Nami? Ach, das ist das Fischstäbchen, ne? Babbel me. Ja, das ist das Fischstäbchen. Leute, das macht nie Jinxer. Ist das geil. Könnte ich ja voll geil KS'n, ey. Geh weg. Alter, du stinkt hier. Was machst du da? Ah. Ah. Komm raus. Ich kann jemanden anziehen und dann war da noch ein Droger. Das ist egal. Meiner. Ich genau noch weißt du. Na klar. Oh, wenn nur der Timo nicht wär, ey. Ja, oha. Ja, 115 Farmen, 1 zu 7. Ja, der Bild ist echt bescheuert. Der Timo-Pick war schon bescheuert. Ja, der Bild ist doch bescheuert. Wunder, dass der Urgott da unten hinterlegen kann. Weißt du, du kannst die entdeffen, ich würde gerne mit Flushen-Top-Tower. Jo. Wow. War das gut gedefft? Nein. Oh. Oh, der war doch mal. Aber war gut genug gedefft, sagst du, ne? Ja. 1v1 die Jinx weggeholt. Ne, diese Viertel-Ulti war aber auch völlig sinnlos. Also wenn ich nächstes Jahr nicht Platin komme, dann rege ich mich voll auf. Du wirst Platin kommen. Da bin ich mir sehr sicher. Weil, wenn das hier Goldilo ist und ich sowas sehe, da läuft irgendwas ganz verkehrt. Ja, ist so. Ja, es ist doch wirklich furchtbar. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich jetzt so ballachen soll oder ob ich traurig sein soll. Wer von denen hat vielleicht getötet, der Orelian, ne? Ja, der spielt ja auch gut. Also, der hat das von Anfang an ganz gut gemacht, aber... Ja, aber... Naja, ne? Ich hab's besser gemacht. Ich hab's echt lieber mit mir hier, die... Nein, krieg den großen Farm wieder nicht. Gehöre doch in Gold. Hast du gerade Schnauze gesagt? Ja, hab ich lieb. Alten Schnauze ist aber hart. Ich dachte, der wäre immer frauen. Als Schutzschilder benutzt. Hm, klar. Er kann fast so geil lachen wie ich, ey. Ja, aber nur fast. Nein. Ich hab's doch fein gemacht. Hm. Mein Farm. Oh man, Kimo, lass das doch mal. Ja, das ist echt grauenvoll. So haben wir drin, ey. Lass einfach mit uns. Wir haben einen Superzix, also. Und eine Supernami. Ach, jetzt wird er was schleim, ey. Muss sein. Ah, ich hab' den Schleimharten die abgeworfen. Ich geh' mir nochmal ein Blue holen. Auf jeden Fall hab' ich mehr Farben als jeder aus dem Gegner-Team. Und dann... Farbe ist im... ...weit muss Farben gehen. ...dass Lucien schon ein paar Mal Mitte vom Weg holt. Ja, aber ist ein guter Lucien. Kann man nicht sagen. Bin ich auch so drum, dass er aufgewacht ist. Na, ich hab' ihn ja auch geweckt. So, ich jungle mal ne Runde, ne. Da kennen wir ja. Nö. Boah, guck mal, ey. Moin. Yes, Baby. Aber den Viertel hab' ich leider nicht bekommen. Oh, so ein nice game. Den hat seine Passive gerettet. Die schnelle Rennen dann. Ach, verdammt. Das ist ja echt meiner Ult entkommen, ey. Oh, war zu früh. Mist, die Kaki. So, moin, achso. Hehehe. Äh, Minions? Hallo? Na, die machen Feierabend. Der Rennen will feiern. Fass mich doch nicht sterben. Das würdest du tun. Was? Mich sterben lassen? Deswegen sag ich doch. Hochfeine. Achso. Ja. Oh, was ist das? Tschakabooom. Tschakabooom. Ah. Na gut, gehen wir nochmal raus. Ha. Genug Schaden angerichtet. Mami, die Maschine. Ja. Ein bisschen. Noch ein bisschen. Nur ein bisschen. Er tut auf Bescheiden, weiß ich. Jungle Maschine. Obwohl es echt schwer ist, mit so einem Timo ein Game zu gewinnen. Das ist echt furchtbar. Geht nur ein Six und ein... Ja, aber trotzdem ist sowas... Es ist nicht schön. Muss nicht sagen, ja. Wenn du so einen Volltroll im Team hast. Er ist ja nie bei uns, weißt du. Er ist ja nie bei uns, weißt du. Er ist ja wenigstens bei uns mehr. Was ich im Timo bin, aber... Gar nicht. Wollt der Lucien mir gerade einen Blubuff klauen? Weiß ich nicht. Ich hatte keine Wichtung drauf, weil ich nach oben geguckt habe. Ah, schade, dass ich den nicht auch gekriegt habe. Ich hatte gelacht. Ich hatte geweint. Ich hatte gelacht, weil Mainchangla und so. Ich hatte gelacht, ich hatte gelacht. Ja, vor allem, der hat echt gut mitgehalten. Also, der hat gut gespielt. Ja, der hat auch gut gewonnen, weil da hat er angepasst. Das heißt ja leider. Jetzt hört es aber auf hier, von wegen Mitleid. Ja. Ja, gewonnen und ich hoffe, das Game hat euch gefallen. Und wenn ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo sehr freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game. Euer Aram. Ja. 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 Ja.